die optimale Sprintlänge. Darum geht es heute hier in dieser Podcast-Folge. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast. Dem Podcast, der dir zeigt, wie du als Scrum Master erfolgreich sein kannst. Ja, heute vielleicht eine kleine Quickie-Folge. Ich sitze hier wieder in meinem Büro, Gott sei Dank. Diese Woche mal keine Reisetätigkeit. Da bin ich mal ganz froh drum, auch wenn ich ab und an mal gerne unterwegs bin. Aber wenn es dann zu viel wird, ist dann auch nichts mehr. Und habe wieder eine Frage mitgebracht, die in einem Training letzte Woche gestellt worden ist. Ich habe letzte Woche zwei Tage Scrum-Training gegeben in einer Firma. Und da kam die Frage eben auf, was ist denn die optimale Sprintlänge? Ja, das ist für mich relativ einfach zu beantworten. Und dann auch wieder nicht. Der Standard hat sich festgesetzt mittlerweile zwei Wochen. Also die allermeisten Scrum-Teams, die ich kenne, machen zweiwöchige Sprints. Und sonst ist es tendenziell eher Richtung vier Wochen. Einwöchige Sprints habe ich so gut wie noch nirgendwo gesehen. Und drei Wochen, ich weiß auch nicht, ich finde drei Wochen irgendwie komisch. Also ich kann auch nicht erklären, warum. Aber bei der Sprintlänge von drei Wochen fühle ich mich persönlich irgendwie unwohl. Ich weiß es nicht. Drei Wochen finde ich seltsam. Ist aber eher für mich persönlich so ein Ding irgendwie. Weiß ich auch nicht. Woran macht man jetzt sowas fest? Warum sagt man vier Wochen? Warum sagt man zwei Wochen? Ich glaube, dass man vielleicht in einem Umfeld, was vielleicht sogar eher Hardware-nah ist und ein Team, das noch nie agil gearbeitet hat und vielleicht jetzt auch nicht unbedingt im komplexesten Umfeld unterwegs ist, kann es schon mal sein, dass man mit vier Wochen mal anfängt zumindest. Für mich sollte schon das Ziel sein, immer shorten the Feedback-Loop. Also wie kriegst du Feedback-Loops kürzer? Und da ist ganz oft Diskussion in der Hardware. Ja, Hardware dauert ja viel länger und ist ja alles nicht so einfach und wie soll das funktionieren? Und dann muss ich hier ein Werkzeug bestellen für Spritzguss beispielsweise. Dauert ja sechs Monate. Macht gar keinen Sinn. Was mache ich mit solchen Tasks? Also auf die Frage, was mache ich beim Spritzguss-Teil? Naja, das Ding ist ja, sobald ich einen Spritzguss-Teil bestelle für mehrere 10.000 Euro in der Regel, das mache ich ja nicht, um zu gucken, ob es gut ist, sondern das mache ich ja eigentlich am Ende meiner Entwicklung. Also ich fange ja nicht an, so eine teure Spritzguss-Form zu bestellen, wenn ich noch nicht weiß, ob das das perfekte Teil ist, weil das würde ja viel zu teuer werden, wenn ich nochmal einen Spritzguss-Teil bestellen muss. Also macht keinen Sinn. Deswegen ist für mich ja auch noch kein Argument, einen Sprint deswegen länger zu machen. Für mich ist auch kein Argument, ja, wir schaffen unseren Sprint immer nicht, deswegen lass uns den Sprint doch lieber länger machen. Nee, wenn du den Sprint nicht schaffst, dann ist es ja ein Indikator dafür, dass du entweder deine Aufgaben besser runterbrechen musst oder dass dein Sprint-Planning besser werden muss oder dass du einen anderen Ansatz eventuell brauchst, bei der Art und Weise, wie du eventuell entwickelst und wie du arbeitest. Weil wenn du es in zwei Wochen nicht hinbekommst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in vier Wochen vielleicht auch nicht klappt, relativ hoch. Das heißt, den Sprint länger machen ist nie eine Lösung. Also dann sollt ihr irgendwie nicht sagen, wir schaffen es nicht in zwei Wochen, lass mal irgendwie auf vier Wochen gehen, weil dann kann man ja gleich irgendwann Richtung, weiß ich nicht, zwei Monate, drei Monate, dann ist es irgendwann auch ganz egal. Also macht da keinen Sinn mehr. Oder solche Argumente wie, ja, dann ist vielleicht kann man doch besser, weil alles so ewig lang dauert. Hat man vielleicht kann man nicht verstanden, weil wenn du dann durch das WIP-Limit irgendwann vier Aufgaben in Bearbeitung hast, dann kannst du keine Neuaufgaben reinziehen, weil dann blankieren die deine langlaufenden Aufgaben, nämlich dein WIP-Limit irgendwann. Also auch das ist im Endeffekt keine Lösung. Weil kann man ja die Arbeit auf eine andere Art und Weise limitiert. Also bei Scrum ist es durch den Sprint, du legst quasi die Sprintlänge fest, wie viel Arbeit gemacht werden kann. Und bei kann man legst du das WIP-Limit eigentlich fest, wie viel Arbeit in der gleichen Zeitraum gemacht werden kann. Also das Problem geht ja nicht weg deswegen. Und einwöchige Sprints ist halt vor allem in einem Umfeld, was vielleicht eher konzernig ist oder eher große Firmen ist, meistens nicht so optimal, weil du vielleicht die Leute, die du im Review haben möchtest, nicht jede Woche kriegst oder so. Und dann ist die Frage, macht es Sinn, so weit runterzubrechen eventuell. Wobei, wenn du in einem sehr komplexen, vielleicht so fast schon chaotischen Umfeld bist, wo du sehr, sehr viel ausprobieren musst, wo du sehr, sehr viele Hypothesen hast, da kann es schon Sinn machen, die Sprints noch kürzer zu machen, weil du vielleicht dann noch schneller reagieren musst. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, ich müsste es nochmal irgendwo nachlesen, die NASA, als sie das Break Mercury damals laufen hatte, da ging es darum, ersten Menschen ins Weltall zu bringen. Wie gesagt, die Russen waren doch schneller. Die haben damals angeblich halbtägig Iterationen gemacht, weil sie gemerkt haben, wir haben so viele neue Erkenntnisse in kurzer Zeit, wir müssen immer wieder dagegen steuern und immer neu justieren. Lass uns mal möglichst kurze Feedback-Zyklen laufen. Deswegen kannst du dann in sehr volatilen Umfeldern, wo sehr viel Neues, sehr viel ausprobiert werden muss, kannst Sinn machen, sogar die Sprintlänge noch zu kürzen. Das heißt aber nicht zwingend, wenn du zum Beispiel in deiner Web-Applikation vielleicht dann zehn Releases am Tag machen möchtest, dass du da irgendwie Sprintzeiten kürzen musst. Du kannst ja auch in einem zweiten Sprint so viele Releases machen, wie du möchtest. Das heißt ja nur, dass du mindestens ein Release pro Sprint machen musst, aber nicht zwingend, dass du da nicht mehr machen darfst. Das ist ja auch Quatsch. Deswegen würde ich sagen, in der Regel, wenn du in einem Softwareumfeld bist, ist zwei Wochen ein guter Daumen wert. Ich würde mit zwei Wochen anfangen. Wenn du vielleicht zum allerersten Mal agil arbeitest, in einem vielleicht eher hardware-nahen Umfeld, würde ich mal vier Wochen mal starten. Aber auch da versuchen, nach und nach die Zyklen kleiner zu bekommen, weil auch da ist es ja dann extrem spannend, rauszuwinden, was hier gerade passiert. Und wenn du halt sehr forschungsnah oder sehr im Deep-Tech-Bereich bist, dann würde ich auch empfehlen, ihre kürzere Zyklen zu nehmen, weil du da sehr, sehr viele neue Erkenntnisse in kurzer Zeit haben wirst und dann ja wieder reagieren musst in irgendeiner Form und sonst die Gefahr sein kann, dass dann vielleicht Dinge doch liegen bleiben oder sich Leute mit Dingen beschäftigen, die vielleicht nicht ganz so wichtig sind. Gerade als Forscher schafft man natürlich auch gerne mal an Dingen, die man total spannend und interessant findet, die ja vielleicht gar nicht unbedingt so relevant für den eigentlichen Projektfortschritt sind. Also da kann man auch ein bisschen drauf aufpassen, denke ich. Deswegen, kurze Antwort, ideale Sprintlänge ist für mich zwei Wochen und es gibt Ausnahmefälle, wo man es vielleicht anpassen kann, aber damit würde ich mal loslegen. Das war meine kurze, knackige Antwort. Also kurz und knackig war es gar nicht. Wie waren das jetzt? Sieben Minuten? Wow. Hätte man vielleicht noch kurzer fassen können. Aber das wäre so primär mal mein Rat, das zu tun, weil ganz oft kriege ich eben solche Fragen wie, ja, Marc, wir schaffen unseren Sprint nie, können wir zusammen den länger machen? Nee, dann schafft er den langen Sprint halt nie. Das ändert sich dadurch nicht. Man sollte dann eher schauen, warum schaffen wir den Sprint nie beispielsweise. Also von dem her ganz wichtig. Oder es kann eben auch passieren, dass du eben gerade bei einem langen Sprint in einem sehr komplexen Umfeld schon die vier Wochen eigentlich gar nicht planen kannst und deswegen hast recht Dinge schief gehen. Deswegen macht man da einen kürzeren Sprint Sinn. Also das sind so Argumentationen, warum man so vorgehen kann. Aber vielleicht bist du auch in einem extrem monatilen Umfeld, wo du täglich neue Aufgaben reinbekommst. Da kann man dann darüber diskutieren, ob das Konzept eines Sprints, einer Iteration überhaupt Sinn macht. Wenn du im IT-Service zum Beispiel bist und Ticket bearbeiten musst, macht eher ein Kannenbann-System vielleicht Sinn. Wenn du vielleicht im Support arbeitest irgendwo, ist das gleiche Späßchen. Also wenn du in einem sehr volatilen Umfeld bist, wo sehr viele, vielleicht auch kleinere Aufgaben auf dich einprasseln, macht vermutlich so eine fixe Iteration von zwei Wochen keinen Sinn, weil du dann sehr unplexibel bist. Also da kann man dann drüber nachdenken, ob Scrum oder andere iterationsgetriebene Frameworks überhaupt Sinn machen für dich. Genau. Soweit dazu. Ja, vielleicht auch nächstes Mal ein bisschen die Augen offen halten auf LinkedIn und auch in meiner E-Mail-Liste. Wenn du noch nicht dabei bist, dann lad dir einfach auf meiner Webseite das Probekapitel zu meinem Scrum Master Journey Buch runter. Landest automatisch mit meiner Liste drin. Kannst du dich auch jederzeit wieder austragen. Aber ich werde jetzt im Juli ein, zwei Webinare machen zum Thema, wie du den Sommer nutzen kannst als Scrum Master, um dich weiterzuentwickeln. Wenn es spannend für dich ist, schau doch mal rein, da wird es auf jeden Fall Neuigkeiten geben. Ansonsten auf LinkedIn ein bisschen gucken, was ich so poste, dass du es nicht verpasst. Das sind so die zwei Bereiche, wo ich unterwegs bin. Ja, ich bin auf Insta und TikTok auch ein bisschen unterwegs. Wenn du da deinen Account hast, einfach mal Scrum Master Journey suchen und folgen. Da freue ich mich auch drüber, wenn da ein paar Leute dazukommen. Auch da werde ich sicherlich noch mal irgendwas reinposten zu dem Thema. Also wenn du dir überlegst, ey, jetzt ist Juli, vielleicht hast du auch ein bisschen Urlaub und ein bisschen Zeit im Urlaub, du möchtest dich weiterentwickeln als Scrum Master, dann schau doch doch mal rein. Oder geh gleich auf meine Webseite, marklöffler.eu, da gibt es jetzt so einen kleinen Tab oben, Online-Kurse. Da gibt es so ein paar kleine schnucklige Kurse zum Thema Erfolgsfaktoren. Wie kannst du den Erfolg als Scrum Master messen? Also KPIs und Co. Da gibt es Dinge zum Thema Retrospektive und so weiter und so fort. Da gibt es was zum Thema OKRs, zum Thema Konfliktmanagement. Kleine schnucklige Mini-Kurse, die vielleicht interessant für dich sein könnten. Schau mal hin, guck es dir an. Vielleicht ist was für dich dabei, wo du dich weiterentwickeln kannst. Ansonsten warte auf die Webinare und komm damit dazu. So, das war es schon von mir heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Bis nächste Woche. Der Mark.